Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man ein Relais einbaut. Ein Relais ist eigentlich nichts anderes als eine Art Schütz, nur mit einem Unterschied. Es wird mit einem Schaltimpuls, zum Beispiel von einem Taster, geschaltet. Also ist das Relais sehr interessant für Leute, die sich eine Tasterschaltung aufbauen wollen. Diese Relais gibt es in verschiedenen Bauformen. Ich habe jetzt hier die Bauform für eine Hutschiene, das heißt zur Montage in einem Unterverteiler oder dergleichen. Es gibt aber auch Relais, die man zum Beispiel in eine Hohlwanddose mit einbringen kann und damit hinter einem Taster unterbringen kann und somit dann für eine Tasterschaltung besser geeignet sind. Welche Bauform ihr wählt, überlasse ich jetzt mal euch. Ich zeige euch allerdings, wie man das jetzt anklemmt. Und somit könnt ihr dann eventuell euch eine Tasterschaltung aufbauen, zum Einschalten von Lampen, Licht oder anderen Systemen. Aber schauen wir dazu jetzt erstmal auf unserem Tisch, was wir benötigen. Wir benötigen natürlich zuerst unser Relais. Wichtig, passt bei dem Relais immer darauf auf, wie viel Last es schalten kann. In diesem Fall haben wir ein Relais mit 16 Ampere. Wollt ihr dementsprechend gigantische Lichtbänder schalten oder große Maschinen einschalten mit einem Relais, braucht ihr natürlich dann dementsprechende Relais, die auch diese Schaltlast tragen können. Also müsst ihr dementsprechend Relais nehmen mit einer größeren Schaltlast. Aber das hier reicht erstmal ohne Probleme für Standardlampen oder Leuchtmittel aus. Des Weiteren braucht ihr bei einem Relais natürlich einen Tasterschalter. Wenn ihr einen Schütz einbaut, natürlich dann dementsprechend einen festen Schalter. So, dann haben wir kommend von unserem Unterverteiler wieder die üblichen Verdächtigen. Unseren Außenleiter L, unseren Schutzleiter PE und unseren Neutralleiter N. Dann haben wir, um den Endverbraucher zu simulieren, hier eine kleine LED-Lampe. Die wird über dieses Kabel hier angeschlossen. Auch wieder Neutralleiter, Außenleiter, Schutzleiter. Und wie gesagt, unseren Taster und da simuliere ich den Anschluss einfach hier mit einem x-beliebigen NIMM 1,5 mal 3. Also drei Adern sind in diesem Kabel vorhanden. Um jetzt dieses Relais einzubauen, schauen wir uns erstmal das Relais an. Es ist wieder ein einfacher Schaltplan auf dem Relais aufgedruckt. Es steht drauf, 2 auf 1 wird geschaltet. Das heißt, der Anschluss 2 und der Anschluss 1 ist der geschaltete Anschluss. Und dementsprechend ist dann der A- und der A- der Anschluss, wo wir den Schaltimpuls quasi drauf geben. Um nun das Relais anzuschließen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir kommen wieder von unserem Unterverteiler mit unseren Standard 3A dann. Und geben als allererstes, wie ich es immer mache, den PE zu dem Endverbraucher durch. Da wir den hier in dieser Schaltkulisse nicht mehr benötigen. Wir nehmen also einfach eine Vakuumklemme und nehmen den kommenden PE-Schutzleiter und verbinden ihn mit dem gehenden PE-Schutzleiter, der zu unserer Lampe oder zu unserem Endverbraucher geht. Denn da brauchen wir dann auch diese Schutzfunktion. Also haben wir den schon mal durchgegeben. Als nächstes nehmen wir uns den Neutralleiter vor. Den benötigen wir zum Schalten des Relais. Und damit dann schlussendlich unser Endverbraucher auch funktioniert, also nehmen wir unseren Neutralleiter und bringen auch hier wieder eine Vakuumklemme auf, damit wir da dann weitere Adern dran anbringen können. Also unseren kommenden Neutralleiter mit einer Vakuumklemme versehen und gleichzeitig mit dem Neutralleiter verbinden, der zur Lampe geht. Somit hat unser Endverbraucher, in dem Fall diese kleine Lampe, schon den Neutralleiter anliegen. Jetzt haben wir nur noch unsere beiden Außenleiter, und zwar den Außenleiter, der zu unserem Endverbraucher geht, zu dem Leuchtmittel, und den Außenleiter, den wir schlussendlich hier zum Anschluss benötigen. Den Außenleiter brauchen wir allerdings natürlich auch in etwas gesplitteter Form, also auch auf diesen Außenleiter eine Vakuumklemme oder eine Klemmmöglichkeit aufbringen. Dann nehme ich mir eine weitere Ader, in dem Fall habe ich hier eine braune Ader, die habe ich schon vorher abgesetzt. Bringe diese in dieser Vakuumklemme mit ein, und nun können wir anfangen, unser Relais anzuklemmen. Unser Relais wird mit Spannung versorgt, das heißt, es muss in irgendeiner Form ja quasi bedient werden. Also benötigen wir hier zweimal den kommenden Außenleiter. Das heißt, wir gehen mit dem Außenleiter auf den Anschlusspunkt 1, das ist dieses System, was dann schlussendlich durchgeschaltet wird zu unserem Endverbraucher, und befestigen ihn. Dann nehmen wir unseren Neutralleiter. Wir brauchen unseren Neutralleiter, da ja das Relais auch ein technischer Gegenstand ist, der irgendwie auch mit Strom betrieben werden muss. Und klemmen ein weiteres Kabel, eine weitere Ader hier auf unsere Vakuumklemme ein mit dem Neutralleiter. Ich nehme hier extra ein blaues Kabel, dass man das schön erkennt. Nun müssen wir ja wie gesagt das Relais bedienen, also hat das Relais einen Eingang für einen Neutralleiter. Hier ist es leider nicht schön dargelegt, was das ist, aber ich nehme jetzt einfach mal A-, da A- und A-, also A1- und A2- quasi den Schaltimpuls simulieren. Also klemme ich den Neutralleiter an A2- an. So kann ich das Relais quasi mit meinem Neutralleiter versorgen, dass es schlussendlich funktioniert. Nun wollen wir ja schlussendlich unseren Endverbraucher auch irgendwie mit Strom versorgen. Also haben wir hier noch den Außenleiter, der zu unserem Leuchtmittel, zu unserem Endverbraucher geht. Den schließen wir wieder in die Linie an, die zum Schluss geschaltet wird. Wir haben ja uns erinnert, wir haben unseren stromführenden Außenleiter in die 1 eingeklemmt. Und da diese 1 geschaltet wird zur 2, klemmen wir quasi den Gehenden dann wieder auf die 2 an. Und der geht dann halt, wie gesagt, zu unserem Endverbraucher, dem Leuchtmittel. Wir sehen hier auch teilweise, dass meine Adern etwas sehr weit abisoliert hier rausschauen. Bitte macht das daheim etwas anders, setzt die Adern bitte so ab, dass sie bündig hiermit abschließen und hier nicht irgendwie durch Berührung jemand einen Stromschlag bekommen kann. Nun müssen wir die ganze Geschichte ja irgendwie mit unserem Taster in Betrieb nehmen. Das ist ziemlich einfach. Wir brauchen für unseren Taster einfach nur 2 Adern, um diese ganze Geschichte zu steuern. Wir gehen mal davon aus, dass ihr ein 3x15N bei euch verlegt habt. Das heißt, ihr habt hier wieder unsere 3 Adern. Wir vergessen einfach den PE. Ich knicke das mal hier um, damit wir ihn nicht weiter sehen. Und haben jetzt hier diese beiden Adern, braun und blau. Und die lasse ich jetzt einfach mal für den Taster zum Schalten. Das heißt, wir gehen hier mit dieser braunen Ader nun in unsere Verklemmstelle oder in unsere Vakuumklemme, die vom Unterverteiler mit dem stromführenden Außenleiter herkommt und stecken sie einfach hier ein. Und unsere zweite Ader, in dem Fall eine blaue Ader, die nehme ich jetzt zum Schalten des Relais und bringe sie quasi in A1 Plus ein. Dann wird quasi hier drauf dann der Schaltimpuls gegeben. Und somit habe ich es an dem Relais schon komplett verklemmt. Das jetzt schlussendlich mit dem Taster zu verklemmen, ist absolut einfach. Wir haben in dem Taster einen Eingang und einen Ausgang. Hier können wir den Anschluss komplett vertauschen. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach den braunen, mache ihn in den Eingang und den blauen in den Ausgang. Wir könnten das aber wie gesagt auch andersherum machen. Das wäre absolut kein Problem. Und somit haben wir unseren Taster angeschlossen. Jetzt kommt bestimmt gleich die Frage, ja ein Taster ist eigentlich sinnlos. Wie wäre es, wenn wir jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Taster einbauen? Alles kein Problem. Von diesem Taster können wir nun x-beliebig weitergehen zu jedem weiteren Taster. Ganz einfach, ihr nehmt euch wieder ein Nym, dreimal eins, fünf oder irgendwelche zwei Adern. In diesem Fall nehme ich hier diese beiden und steckt sie einfach hier bei diesen beiden Adern dabei. Das heißt, hier bei den L einen dabei und bei dem Ausgang einen dabei. Und hier klemmt ihr dann quasi den nächsten Taster ein. Und dieses Spiel könnt ihr x-beliebig weiterführen und somit könnt ihr dann quasi x-beliebig viele Taster anklemmen. So, das reicht aber hier der eine zum Demonstrieren. Wir sehen hier den Anschluss, er ist fertig erstellt. Wir haben hier unseren Endverbraucher, unser Leuchtmittel. Und jetzt probieren wir einfach mal die Geschichte aus, indem ich wieder die Anlage unter Spannung setze. Und im Standardzustand ist das Relais natürlich ausgeschaltet. Jetzt schalte ich es einfach ein, indem ich einmal kurz ein Taster-Signal gebe. Wir sehen, das Licht wurde eingeschaltet, das Flurlicht, was auch immer ihr durch den Taster schalten wollt. Und wenn ihr das jetzt wieder ausschalten wollt, kein Problem. Jetzt schickt ihr wieder ein Taster-Signal an das Relais. Und eure Beleuchtung, euer Endverbraucher ist damit wieder ausgeschaltet. Also an, aus, an, aus. Dieses Relais hat noch die Funktion, dass ich es auch hier vor Ort bedienen kann. An und aus. Und dann wieder mit dem Taster an, aus. So, damit haben wir quasi ein Relais angeschlossen. Ihr seht, es ist extrem einfach, so ein Relais anzuschließen. Es hat eigentlich nur vier Anschlüsse. Zwei, um quasi den Stromführenden mit eurem Endverbraucher zu verbinden. Und zwei, die eigentlich nur zum Tasten da sind, quasi um das Relais anzusteuern. So, und damit komme ich dann auch zum Ende des Videos. Ich hoffe, ich habe alle Fragen in diesem Video zu dem Relais oder der Relais-Schaltung wieder beantworten können. Und, äh, falls ihr weitere Videos von mir sehen wollt, habe ich euch hier unten nochmal eine kleine Auswahl in den Anmerkungen verlinkt. Klickt entweder da drauf oder schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort habe ich auch einige interessante Playlists, wie zum Beispiel die Playlist Elektro-Donstrationen. Da sind mehr dieser Videos zu finden. Ihr könnt auch generell mal auf meinen Kanälen vorbeischauen. Die habe ich euch hier auch nochmal verlinkt. Und, äh, falls euch, wie gesagt, das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Das ist absolut kostenfrei und hat keinerlei Verpflichtungen. Ein Abo ist wie auf Facebook das Folgen einer Person. So, ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. So, ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf Bruss. Und, äh,isms euer Untertitelung des ZDF, 2020